Wir begrüßen Sie in der Tierarztpraxis Austing und Aniking in Damme. Wir betreuen Sie und Ihr Tier in allen medizinischen Belangen. In unserer Praxis für Klein- und Großtiere ist Ihr Vierbeiner in den besten Händen. Wir nehmen uns ausgiebig Zeit, um auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Unser Leistungsspektrum reicht von allgemeinen Gesundheitschecks über Labor-, Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen bis hin zur Weichteilchirurgie. Modernste technische Ausstattung, fundiertes Fachwissen sowie viel Einfühlungsvermögen garantieren die bestmögliche Versorgung Ihres Tieres. In einladender Atmosphäre beraten wir Sie ausführlich, erläutern Ihnen Diagnosen und Therapien und geben Ihnen Tipps für eine artgerechte Haltung. Vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns darauf, Ihnen und Ihrem Tier helfen zu dürfen.